Julian Nagelsmann wird der neue Bundestrainer und übernimmt als jüngster Bundestrainer aller Zeiten die deutsche Nationalmannschaft bis nach der EM 2024 im eigenen Land. Bis dahin hat er eine Menge Arbeit vor sich, um ein möglichst gutes Heimturnier zu spielen. Aber heute soll es sich primär darum drehen, inwiefern er der geeignete Bundestrainer ist. Wurde jetzt in den letzten Tagen viel spekuliert, Top-Kandidat war immer Nagelsmann, aber auch ein Louis van Rael war wirklich vorne mit dabei. Und zunächst einmal, was war denn überhaupt das gesuchte Profil für den Bundestrainer? Und da muss man sagen, jemand der sowohl die Spieler zunächst einmal mitreißt, damit die endlich die Leistung bringen, die sie auch in den Vereinen zeigen und dann halt eben auch in der Nationalmannschaft wirklich überzeugen. Aber auch durch diese Spielweise, wenn die eben überzeugend ist, die Fans mitreißt, damit man da Euphorie weckt und eine erfolgreiche Heimehe mit den Fans im Rücken spielen kann. Und natürlich nebenbei noch Kai Havertz zufriedenstellt, dass die Fans hinter ihnen stehen, aber Spaß beiseite. Das war auf jeden Fall so das gesuchte Profil. Stimmt Nagelsmann dem gesuchten Profil überein? Da bin ich eher abgeneigt von, glaube nicht unbedingt, dass er das ist, beziehungsweise, dass es da geeignetere Alternativen gegeben hätte. Aber ich möchte jetzt einfach mal anhand verschiedener Gesichtspunkte erläutern, inwiefern er ein guter Bundestrainer sein könnte, aber auch andererseits, in welchen Punkten er nicht unbedingt die beste Wahl ist. Ich habe das Ganze auch nochmal unterteilt in zwei Hauptaspekte. Zunächst einmal das Menschliche, was ja auch der Großteil dessen war, was man vom Profil her gesucht hat, wie gerade schon gesagt. Und dann spreche ich nachher noch so ein bisschen über das Spielerische und inwiefern das auch so ein Problem darstellen könnte oder vielleicht auch nicht. Aber wir fangen zunächst einmal an mit dem menschlichen Aspekt, nenne ich es jetzt einfach mal, ist mir jetzt kein besseres Wort irgendwie eingefallen. Also zunächst einmal in Bezug auf die Spieler, da kennt er die meisten eben aus seiner Zeit bei den Bayern. Auch wenn derzeit viele Dortmunder Nationalspieler sind, gibt es natürlich auch noch einige Bayern-Spieler, den Bayern-Kern, der eben auch in der Nationalmannschaft vertreten sein wird, sofern er sie nominiert. Aber davon gehe ich aus, denn mit den meisten hatte er tatsächlich ja ein gutes Verhältnis, wie sich nach seiner Entlassung bei Bayern gezeigt hat. Viele haben sich ein bisschen verwundert gezeigt, dass er eben entlassen wurde, allen voran ein Kimmich oder Goretzka. Aber wie es aussieht, scheint er auch ein gutes Verhältnis zum Beispiel zu einem Leroy Sané zu haben, bei dem er ja auch, wie ich finde, zuständig dafür ist, dass der gerade in so einem Formhoch ist, sowohl in der Breite als auch im Halbraum spielen kann. Ansonsten hat er vielleicht mit einem Manuel Neuer, dem eigentlichen Kapitän, kein ganz so gutes Verhältnis. Allerdings ist es da, glaube ich, auch ein leichtes, ihn mehr oder weniger abzusägen, ihn vielleicht gar nicht zu nominieren. Kommt natürlich darauf an, wie er dann Leistung zeigt, wenn er wieder spielt. Aber ich denke, an Ter Stegen führt er keinen Weg dran vorbei, dann als Nummer 1. Was man aber auch leistungstechnisch klar so argumentieren kann. Und dementsprechend gäbe es da, glaube ich, kein allzu großes Theater. Selbst wenn er Neuer dann irgendwie nur als Nummer 2 mitnimmt, aber da muss man mal schauen. Allerdings kann man diesen Punkt auch genau umgekehrt ansehen, also dass es eher was Negatives ist. Der Nagelsmann ist der nächste Ex-Bayern-Trainer nach Hansi Flick. Sprich, die halbe Truppe kennt ihn eigentlich schon, seine Abläufe und alles weitere. Nagelsmann wäre so gesehen halt eher ein softer Reset des DFB-Teams. Also insofern, dass er recht wenig verändert in Hinsicht der Spieler. Die kennen ihn schon, da gibt es jetzt keine wirklichen Änderungen für die. Und genau das sollte man ja eigentlich herbeiführen, denn zuletzt lief es ja beim DFB-Team. Wenn man ehrlich ist, überhaupt nicht. Und ich glaube, da wäre es vielleicht auch besser gewesen, mal jemand ganz anderes reinzuholen, der eigentlich gar nicht so drin ist, die wenigsten Spieler kennt. Aber genau das ist Nagelsmann halt eben nicht. Dennoch ist er jetzt im Vergleich zu einem Hansi Flick oder einem Stefan Kunz, der ja jetzt auch zur Verfügung steht, keiner, der irgendwie schon DFB-intern gearbeitet hat und da jetzt gar keine Veränderung herbeiführen kann. Er ist dennoch recht jung, bringt somit frischen Wind mit und kann definitiv mit den entsprechenden Leistungen der Spieler auf dem Platz, wenn er dafür sorgt, auf jeden Fall für eine Aufbruchsstimmung sorgen. Und das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Eine weitere Personalie, die das eben verkörpern könnte, also dieses junge Trainerteam und den Aufschwung, den sie dann mitbringen, könnte eben Sandro Wagner sein, der ja zuletzt schon als einer der Co-Trainer neben Rudi Völler und Hannes Wolf dabei war. Und wie es heißt, wohl auch bleiben könnte in dem Amt als Co-Trainer der A-Nationalmannschaft. Und das wäre schon sehr interessant. Vor allem habe ich das auf Twitter, als er bekannt gab, dass er bei Unterhaching aufhört, schon mal als Vorschlag reingeschrieben, weil ja Nagelsmanns ursprünglicher Co-Trainer mit Dino Topmöller zur Eintracht aus Frankfurt gewechselt ist als Cheftrainer. Und dementsprechend braucht er noch einen Co-Trainer. Und das fände ich sehr interessant mit Sandro Wagner, der ja eben damals schon bei der TSG Hoffenheim unter ihm als Stürmer gespielt hat. Sind ähnlich alt und das wäre wirklich eine Kombination. Die würde, glaube ich, auch die Fans positiv stimmen, zumindest die meisten. Und das wäre auf jeden Fall cool zu sehen, die zusammen auf der Trainerbank. Als nächstes, recht offensichtlich, Nagelsmann ist natürlich deutsch und auch deutschsprachig. Passt dementsprechend daher in das Profil. Ist natürlich auch hilfreich für die Kommunikation mit den Spielern nach außen. Aber ja, ist jetzt natürlich kein krasses Argument. Aber wenn man vergleicht, man hätte einen Zidane beispielsweise, auch wenn es sehr kurios ist, geholt, dann wäre das natürlich schon auch ein Problem gewesen. So ist es natürlich kein Problem, auch wenn es als sehr selbstverständlich angesehen wird. Nagelsmann selbst verzichtet zudem auch auf ein bisschen Gehalt, verdient natürlich trotzdem gut. Aber im Vergleich zu seinem Bayern-Vertrag natürlich deutlich weniger. Und es zeigt auf jeden Fall auch, dass er Bock auf die Aufgabe hat und die Spieler auch hoffentlich mitreißen kann. Was bei mir aber so ein bisschen Bedenken herbeiführt. Denn so ist er, glaube ich, wie Hansi Flick kein allzu großer Motivator, der den Spielern mal eine klare Ansage macht. Und hat gewissermaßen auch durch sein junges Alter vielleicht eine mangelnde Autorität. Wie auch die Auseinandersetzung mit einem Sadio Mane letzte Saison in der Bayern-Kabine vielleicht gewissermaßen zeigt. Vielleicht liegt das auch an dessen Charakter. Kann man natürlich nicht allzu gut beurteilen und von außen. Aber ich glaube, ein Trainer der Altengarde hätte da definitiv ein bisschen mehr Respekt. Und wäre auch er jemand, der den Spielern wirklich mal eine Ansage macht. Und so gewissermaßen für mehr Disziplin auch sorgt. Das ist, glaube ich, auch ein Problem in der Nationalmannschaft. Und generell die Spieler besser motivieren kann, für ihr Land zu spielen. Weil ich glaube, das hat in den letzten Jahren schon so ein bisschen gelitten. Aber im Spiel gegen Frankreich unter Völler hat man gesehen, was das eben bezwecken kann. Wenn man den Spielern das vermittelt, wie sie dann eben auch die Leistung auf dem Platz zeigen. Und zumindest alles reinhauen und wirklich kämpfen. Ob man dann gewinnt, ist dann zweitrangig. Aber das sind auf jeden Fall Grundhugenden, die man den Spielern einimpfen muss. Und die auch da sein müssen, um wirklich was reißen zu können in einem Turnier. Ein weiterer Aspekt wäre ja, dass der Trainer die Fans auch mitreißen muss, gewissermaßen. Dass die hinter der Mannschaft stehen. Und das sehe ich bei Nagelsmann jetzt auch nicht hundertprozentig. Klar kann das passieren, wenn die Leistung auf dem Platz stimmt. Aber falls das nicht der Fall ist, sehe ich da dann doch eher schwarz. Denn Nagelsmann gilt jetzt in der allgemeinen Wahrnehmung nicht als sonderlich sympathisch. Ich persönlich finde ihn nicht per se unsympathisch. Ich mag ihn ehrlich gesagt, aber einfach von der allgemeinen Wahrnehmung, gerade in der älteren Generation, glaube ich, ist er nicht allzu beliebt. Und ich glaube, da könnte es schon schwierig werden. Auch seine Pressekonferenzen sind jetzt nicht unbedingt mitreißend. Nicht, dass es das unbedingt braucht. Aber ich glaube, mit einem Van Raal hätte man da schon unabhängig vom Sportlichen nochmal einen Unterhaltungsfaktor dabei gehabt. So ist das nicht der Fall. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Kritikpunkt. Aber wir gehen jetzt erstmal über zum Sportlichen. Denn da gilt es natürlich auch gewissermaßen zu überzeugen. Beziehungsweise vor allem da muss man überzeugen. Und dann halt eben ergebnistechnisch bestmöglich abschneiden. Und genau da liegt ja eigentlich die Hauptkompetenz von Nagelsmann. Der ist ein Taktikfuchs, wie man ihn oft nennt. Der wirklich taktisch sehr variabel einsetzt. Und sich auch auf den Gegner einstellt. Das ist natürlich grundsätzlich was Gutes. Vor allem im Klubfußball. Auf Nationalmannschaftsebene ist das zum einen natürlich schon aufgrund dessen schwer, dass man sich recht selten sieht. Also wirklich nur für die Länderspielpausen. Ansonsten sind die Spieler halt in ihren Vereinen. Da gibt es also wenig Zeit, das einzustudieren. Und zum anderen ist die Zeit nochmal mehr begrenzt, da er jetzt erst übernehmen sollte. Somit glaube ich nur ca. 8 Länderspiele zur Verfügung hätte. Und dann halt eben die wenigen Trainingseinheiten, um sein taktisches System den Spielern zu vermitteln. Und das könnte dann schon ein bisschen schwierig werden. Gerade weil seine Grundidee von Fußball taktisch schon sehr komplex ist. Und das den Spielern einiges abverlangt, das denen wirklich einzuimpfen. Aber er ist ja auch recht anpassungsfähig. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass er nicht auf Biegen und Brechen da wirklich mit hohem Pressing und ja vielen Passstaffetten viel Ballbesitz spielen möchte. Sondern dass er sich schon bewusst ist, dass das Ganze auf Nationalmannschaftsebene ein bisschen anders abläuft. Dass man da eher konservativer spielen sollte. Weil halt eben die Abläufe für hohes Pressing, viel Ballbesitz recht schwierig sind. Man nicht unbedingt die beste Restverteidigung hat bei vielem Ballbesitz. Weil auch die Gegner recht viel auf Konter setzen. Da muss er sich einfach anpassen. Und ich hoffe, dass er sich da ein bisschen zurückhält. Die Mannschaft eher defensiver spielen lässt. Weil die Defensive ist ganz klar eine Schwachstelle. Da hat man oft nicht wirklich alles hinten reingeworfen. Also vom Einsatz und vom Wille. Da muss er die Spieler mit motivieren. Da sind wir natürlich wieder beim ersten Aspekt. Aber auch spielerisch stand er jetzt bei Bayern nicht unbedingt für eine stabile Defensive. Bei Leipzig auch nicht unbedingt. Aber er hat bei Hoffenheim bewiesen. Die hat er ja im Abstiegskampf übernommen. Dass er auch schwierige Situationen meistern kann. Hatte da glaube ich die Defensive zunächst stabilisiert. Und dann halt eben Stück für Stück auch offensiv einen besseren Fußball etabliert. Und das zeigt halt eben, dass er sich auch an die Gegebenheiten und die aktuelle Situation anpassen kann. Und genau das muss er beim DFB-Team auch tun. Die Frage ist halt, ob er dem Team kurzzeitig wirklich viele neue Impulse geben kann. Und ob er sie dann eben sowohl zu einer taktischen als auch zu einer mentalen Einheit formen kann. Ich glaube grundsätzlich kann er es schon. Die Frage ist jetzt halt, ob er das Ganze umgesetzt bekommen kann. Mit den schwierigen Voraussetzungen. Ich bin da eher ein wenig skeptischer, wie ich jetzt bei einem Louis van Rael gewesen wäre. Vor allem wenn man den Gesichtspunkt betrachtet, dass Nagelsmann ja auch nur, sag ich jetzt mal, als Notlösung bis zur EM. Beziehungsweise bis zur Beendigung der EM gilt. Denn wäre er langfristig eine Lösung, okay. So kurzfristig hätte ich eigentlich eher van Rael bevorzugt von seinem Profil her. Auch weil er dementsprechend halt eigentlich eher zu dem passt, was der DFB gebraucht hätte. Dennoch traue ich es Nagelsmann auf jeden Fall zu, da wirklich eine gute Leistung zu zeigen. Auch wenn es schwierig wird. Und stehe da auch auf jeden Fall hinter ihm. Und bin da jetzt nicht grundsätzlich irgendwie abgeneigt und sage, okay, das wird sowieso nichts. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ist nicht die schlechteste Lösung. Finanziell ist es natürlich auch ein bisschen teuer. Weiß nicht, wie sie das lösen. Aber das betrifft jetzt primär erstmal nicht das Sportliche. Also im A-Nationalmannschaftsteam. Und deshalb nur der Fokus darauf. Und da habe ich jetzt mal meine Analyse euch dargelegt. Es gibt ein paar Punkte, die dafür sprechen, dass Nagelsmann wirklich Erfolg haben wird. Ein paar, die dagegen sprechen. Jetzt würde mich auf jeden Fall mal noch eure Meinung interessieren. Schreibt sie gerne unten rein. Seid ihr eher Pro-Nagelsmann oder eher Kontra-Nagelsmann. Lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls euch das Video gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.